Also als Nachhaltigkeitsmanagerin gefällt mir super, dass es diverser geworden ist. Also ich war vor, glaube ich, vier Jahren das erste Mal im Publikum, habe gedacht, oh, so viele Anzüge. Und das finde ich richtig gut, super, großes Lob an die Veranstalter, dass hier so viele Frauen auch auf der Bühne waren. Vielen Dank.